Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Seit drei Wochen begleiten mich die BeatsFit Pro, also diese schönen Kopfhörer hier jetzt im Alltag. Ich hatte sie jeden Tag in Verwendung. Sie waren mehrere Stunden in meinen Ohren, sowohl beruflich, um Teams und auch Zoom-Calls abzuhalten. Da hat natürlich auch die Qualität der Sprachübertragung mit den integrierten Mikrofonen eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ich habe sie mit meinem iPad gekoppelt, um damit Filme zu schauen. Ich habe sie mit meinem Peloton-Bike gekoppelt, um wirklich Sport zu treiben. Das heißt, auch das Thema Passform im Ohr und Kompatibilität mit Sportgeräten konnte ich so ein bisschen testen. Sie waren mit meinem iPhone gekoppelt, um damit Musik zu hören. Ich hatte sie aber auch mit einem Android-Gerät gekoppelt, um ebenfalls einfach diese Erfahrung so ein bisschen mitzunehmen. Es gibt dazu sogar eine passende Beats-App. Und das ist der Riesenvorteil aus meiner Sicht eben von Beats, vor allem auch gegenüber den Original-Apple-Produkten. Weil ich hier eine ordentliche Android-Unterstützung habe, in dieser App kann ich im Grunde nahezu alle Funktionen, die mir unter iOS zur Verfügung stehen, auch im Android-Bereich mitnutzen. Nicht komplett, aber wirklich die meisten dieser Dinge sind möglich und auch da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Das größte Thema für mich war ganz klar die Passform. Passform insofern, dass mir die AirPods Pro, die grundsolide Kopfhörer sind, wie ich finde, tolles Klangerlebnis, tolles Active Noise Cancelling. Also man kann über die AirPods Pro überhaupt gar nicht meckern, wenn sie denn dann in den Ohren halten, weil das ist bei mir genau nicht der Fall. Ich kann tun, was ich will, wirklich verschiedene Größen von diesen Silikontipps hier verwenden. So langsam aber sicher, gerade wenn ich spreche und beim Telefonieren, das ist für mich ein häufiger Anwendungsfall, rutschen die so ein bisschen aus den Ohren raus und fallen sogar irgendwann runter. Ist mir in Flugzeugen schon passiert und Dinge dieser Art, also das funktioniert alles nicht. Es ist einfach so, dass ich und ich weiß, ganz vielen von euch geht es auch so, nicht umfänglich glücklich mit diesen Teilen werden konnte, weil sie einfach nicht halten. Mittlerweile hat sie meine Frau im Einsatz. Deswegen habe ich ganz große Hoffnungen auf die Beats Fit Pro gesetzt, weil die eben Apple-Technologie mitbringen. Beats gehört ja mittlerweile zu Apple. Es ist parallel eine Android-Kompatibilität gegeben. Und ich habe potenziell das Thema der Passform nicht mehr, weil das Design, also diese kleinen Wingtips, so bezeichnet Beats das, die sich in die Ohrfalte oben reinsetzen, eben verhindern, dass mir die Teile aus den Ohren rausfallen. Über diese Erfahrungswerte möchte ich gerne berichten. Bevor wir dazu kommen, aber ganz kleiner Disclaimer. Ja, die Kopfhörer wurden mir von Beats für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich wurde nicht bezahlt. Ich wurde auch nicht inhaltlich beeinflusst. Der Hersteller hat das Video vor Veröffentlichung nicht gesehen. Das heißt, alles das, was ich hier sage, ist meine eigene freie Meinung. Ich möchte nur gerne sehr transparent mit dem Thema umgehen. Wir starten mal mit dem Thema Preis und auch Lieferumfang, weil damit steht und fällt ja ganz, ganz viel. Es ist so, dass die Kopfhörer, so wie sie jetzt hier sind, in allen Farben habe ich auch gesehen. Die gibt es also in Weiß, Schwarz, Salbeigrau, Hellviolett. Das hier ist, wie eben schon gesehen, die All-Black-Variante. Ich glaube, so rein privat würde ich vielleicht sogar auch in Richtung der weißen Beats schielen. Die gefallen mir ebenfalls sehr, sehr gut. Auf jeden Fall kosten die zum Zeitpunkt des Videos 229,95 Euro bei Amazon. Die sind neu auf dem Markt. Da wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch der Preis noch so einen Ticken fallen. Die AirPods Pro hingegen mit dem MagSafe-Ladecase, also der Option des kabellosen Ladens, reden wir gleich nochmal drüber. Das ist ein Nachteil bei den Beats, das gibt es so nämlich nicht. Die kosten zum Zeitpunkt des Videos 201,65 Euro. Sind also eine Ecke preiswerter. Die sind eben auch im Laufe der Zeit, die gibt es ja schon eine ganze Weile, etwas gefallen. Da stellt sich natürlich schon die Frage, weil die jetzt auch mehr kosten, können die klanglich von dem Funktionsumfang und von all dem, was ich hier im Paket bekomme, da überhaupt mithalten? Wie gesagt, reden wir gleich drüber. Vom Lieferumfang her ist es so, ihr bekommt neben dem Kopfhörer das Ladecase, in dem auch ein Akku integriert ist, genau wie bei den AirPods Pro. Und ihr bekommt zusätzlich neben den Original-Silikon-Tipps, die hier mit drauf sind, noch zwei weitere, also in zwei verschiedenen Größen mit dazu. Und ein ganz kleines Ladekabel, ein USB-C-Ladekabel, um die Kopfhörer, beziehungsweise das Case besser gesagt, dementsprechend aufladen zu können. Wo wir schon beim Case sind, machen wir damit auch mal direkt weiter. So, im direkten Vergleich, ich hole das hier mal aus der Schutzzülle raus, die meine Frau verwendet von Spigen. Da seht ihr es mal, ich halte sie mal direkt nebeneinander. Das ist größentechnisch schon nochmal eine andere Hausnummer. Das ist, ich würde sagen, durchaus noch Hosentaschen-tauglich, aber die AirPods Pro tragen erheblich viel weniger in der Hosentasche auf. So fair müssen wir hier sicherlich sein. Die Verarbeitung von dem Case, da muss ich leider auch grundsätzlich sagen, da gefällt mir das Original-Apple-Produkt dann nochmal eine ganze Ecke besser. Hier wackelt wirklich nahezu überhaupt gar nichts. Ich habe ein kleines, ja wirklich hochwertiges, kompaktes Gefühl in der Hand. Hier, ich bin mal still und drücke mal hier drauf rum. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, das knarkt so ein kleines bisschen. Der Deckel hier oben, hört ihr eventuell, den kann ich so leicht von links nach rechts drehen. Der knarkt dann auch beim Drehen. Der schließt zwar gut und der hält magnetisch auch gut fest, aber das ist nicht auf dem Niveau, wie ich das hier von Apple bekomme. Und man muss auch klar sagen, dass die Tatsache, dass hier kein kabelloses Laden möglich ist, also hier ist keine Spule drin verbaut. Ich kann sie nicht per G oder per welchem Stand auch immer laden. Das ist bei den AirPods Pro ja möglich. Das ist für viele wahrscheinlich eine Einschränkung. Mir persönlich ist das egal. Es ist so, dass ich hier außen eine matte, schwarze Farbe habe. Die finde ich tatsächlich sehr schön. Die ist auch jetzt kein richtiger Fingerabdruckmagnet. Das geht vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt aber das Case aufmache, dann habe ich hier drin offensichtlich ein anderes Material. Und ihr seht es schon, hier habe ich wirklich permanent irgendwelche Toucher und Flecken drauf, die ich auch ganz schwierig, selbst mit einem Mikrofasertuch mit Reinigungsmitteln wegbekomme. Und wenn, dann sind die sofort wieder da. Wirklich positiv bemerken, ich habe es eben schon mal gesagt, muss ich den USB-C-Port. Beats gehört mittlerweile ja zu Apple. Und wir wissen, dass Apple bei den allermeisten Zubehörartikeln eben noch auf Lightning setzt. Dass ich das bei einem Apple-Produkt hier wirklich bekomme, für mich ein klarer Mehrwert. Bei den Kopfhörern selbst sieht es schon ein bisschen anders aus. Hier muss ich sagen, habe ich qualitativ überhaupt keine Abstriche zu den AirPods Pro, wie ich finde. Die sind super, super hochwertig verarbeitet. Ich halte sie hier mal ein bisschen in die Detailcam mit rein. Hier gibt es Sensoren, hier unten, die erkennen, ob sie eben im Ohr drin stecken oder nicht. Das funktioniert in der Praxis sehr, sehr gut. Sobald ich sie aus dem Ohr rausziehe, hört die Musik auf. Sobald ich sie reinstecke, geht es direkt weiter. Das ist auch von der Geschwindigkeit dieser Entscheidung. Also wenn Sie merken, Sie sind wirklich im Ohr drin, es geht sofort weiter. Da gibt es keine Latenz, keinen Zeitversatz. Hier unten habe ich die Kontakte, damit sie im Case kabellos geladen werden können. Hier oben den Wingtip. Da reden wir gleich nochmal bei dem Tragekomfort darüber, wie ich damit so zurechtgekommen bin. Was man hier auf jeden Fall sieht, ist, dass ich eine physische Taste habe. Also hier kann ich wirklich hardwaremäßig draufklicken. Das hört man und das spürt man auch, dass man das nach unten drückt. Und in der Kombination kann ich verschiedene Aktionen auslösen. Also einmal drücken zum Beispiel ist entweder Start-Stop von einem Lied und auch Anrufe anzunehmen. Wenn ich zweimal draufdrücke, ist es den Song einmal weiter zu klicken, also den nächsten Song abspielen zu lassen. Dreimal drauf ist ein Song zurück. Und dann kann ich in der Konfiguration, und das geht sowohl unter Android als auch unter iOS, auswählen, was passieren soll, wenn ich hier lange draufdrücke. Standard ist es so, der Kopfhörer wechselt dann zwischen dem Transparenzmodus und zwischen Active Noise Cancelling. Ich kann aber auch einstellen, dass er wechseln soll zwischen Transparenzmodus, Active Noise Cancelling und dem Aus-Modus. Das heißt, er hat weder Transparenz noch ANC. Er ist einfach nur ein normaler Kopfhörer ohne andere spezielle Features. Das kann ich einstellen. Ich kann aber auch einstellen, dass wenn ich lange draufdrücke, dass da Siri aktiviert werden soll. Oder ich kann einstellen, dass ich das für die Lautstärke-Regulierung verwende. Das heißt, ich drücke dann auf den rechten Kopfhörer drauf, dann wird es lauter, auf den linken dann wird es leiser. Da ist die Spielart beliebig. Ich trage immer eine Apple Watch, das heißt, die Lautstärke-Regulierung habe ich hier mit dran. Das macht für mich keinen Sinn. Siri ist durch. Siri, ihr wisst, was ich meine, ohne dass jetzt bei euch die Apple-Geräte losgehen. Auch möglich. Das heißt, ich brauche dafür keine Hardware-Taste. Für mich macht also die Variante, um diese verschiedenen Betriebsmodi einmal durchzuwechseln, am allermeisten Sinn. Und so habe ich es in der Praxis auch verwendet. Der physische Knopf ist gerade in Situationen beim Sporttreiben, wenn ich nasse Finger habe, ein riesen, riesen Vorteil. Ich mag das viel lieber als irgendwelche Touch-Knöpfe, Touch-Bedienungen, wo man irgendwie mit dem Finger nur lang swipet oder oder. Das klappt sehr, sehr gut, aber hat auch durchaus den Nachteil, wenn ich den Kopfhörer jetzt nehme und drücke ihn ins Ohr rein. Dann ist es so, dass ich dann ein bisschen aufpassen muss, wie ich ihn reinsetze. Mittlerweile ist das in Fleisch und Blut und ich komme nicht mehr auf den Knopf dran. Ich nehme den Kopfhörer hier einfach zwischen den Fingern so seitlich und stecke ihn dann ins Ohr rein. Der wird dann so leicht reingedreht. Das geht einwandfrei. Wenn ich das aber noch nicht so gut kann und am Anfang stehe, dann ist es so, dass ich oft auch dann hier auf diesen Knopf drauf gedrückt habe. Dann ist dann direkt irgendwie eine Aktion ausgelöst worden oder das Lied ist irgendwie schon gestartet, hat gestoppt oder was auch immer. Hat also Vor- und Nachteile in dieser Kombi, speziell weil das ein Kopfhörer ist, den ich auch beim Sport verwende, finde ich die physische Taste aber sehr gut. IPX-zertifiziert ist der auch. Das heißt, er kann ein bisschen nass werden. Ich kann ein Problem von beim Sport tragen. Wobei man da auch wirklich sagen muss, ein für den Sport designt der Kopfhörer, der das nicht aushalten könnte, wäre auch vollkommen fehldesignt. Das ist hier ganz klar nicht der Fall. Da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. In der nächsten Rubrik sprechen wir mal über das Tragegefühl und den Sitz im Ohr. Ich zeige euch das Design hier nochmal ganz kurz. Hier oben seht ihr einen beweglichen Wingtip. So bezeichnet Beats das. Diese kleine Nase, sage ich mal, setzt sich hier in eure Ohrfalte mit rein. Das hört sich sehr kompliziert an, weil man den Kopfhörer auch nimmt, steckt ihn rein und muss ihn dann so ein kleines bisschen drehen, damit sich das Teil auch wirklich an die richtige Stelle in die Ohrfalte reinsetzt. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das funktioniert ganz intuitiv. Man steckt ihn ins Ohr, drückt mit dem Zeigefinger so ein bisschen nach, dass das Teil da drunter geht und dreht ihn dann einfach so, bis es angenehm ist. Das hört man auch direkt, dass dann das Silikonteil den Gehörgang entsprechend abdichtet und dann sitzt der perfekt da drin. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, in der App herauszufinden, ob die Passform gut ist, also die Abdichtung durch den Silikontipp im Ohr gut stattfindet. Hier sind, wie gesagt, verschiedene Größen mit dabei. Es ist so, dass ich offensichtlich sehr kleine Gehörgänge habe. Aus dem Grund nutze ich die kleinste Form. Also das ist dann es und damit habe ich sowohl bei diesem Pass-Test ein optimales Ergebnis, dass er sagt, ja, der dichtet gut ab, als auch ich merke, dass Active Noise Cancelling damit optimal funktioniert. Zudem sorgt das auch dafür, dass das Tragergefühl wirklich nahezu optimal ist. Also selbst beim Sprechen, beim Bewegen habe ich auch nicht den Eindruck, dass der sich auch nur ein bisschen aus dem Gehörgang heraus bewegt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann schon mal so viel sagen für all diejenigen, die Probleme haben mit den AirPods Pro, dass sie im Ohr drin bleiben. Da müsst ihr hier auf jeden Fall für meinen Ohrtyp ganz klar keine Angst mehr haben. Diese Teile, damit könnt ihr wirklich, also ihr könnt Putzelbäume schlagen, wenn ihr wollt. Da sehe ich nicht den Hauch einer Gefahr, dass diese Teile aus den Ohren rausfallen könnten. Jetzt ist es aber so, und das muss man sicherlich auch dazu erwähnen, ich bin grundsätzlich mit Kopfhörern im Ohr empfindlich. Diese Wingtips hier oben sind super, super weich. Selbst wenn ich die mehrere Stunden trage und die sich wirklich hier in meiner Ohrfalte befinden, die Wingtips selbst, die merke ich überhaupt gar nicht. Was ich aber so ein bisschen merke, so nach einer guten Stunde fängt das irgendwann an, dass ich einfach das Teil, was im Gehörgang drin steckt, also das Silikonteil hier, dass ich da irgendwann einfach so einen gewissen leichten Druck merke. Ich muss aber auch klar sagen, das ist mit keinem anderen In-Ear-Kopfhörer, der ein solches Design hat, anders gewesen. Ich bin da wirklich anscheinend sehr empfindlich. Das ist nicht schlimmer als bei anderen Kopfhörern, die ich auch habe. Und es ist auch so, wenn ich das größere Tipp verwende in M oder in L, dann habe ich da ja nochmal mehr Silikon drumherum, bis dann der harte Kern sozusagen kommt. Und damit habe ich selbst festgestellt, dass das Gefühl im Ohr deutlich besser ist als mit der kleineren Variante, aber die kleinere passt halt ein bisschen besser. Das heißt, ihr könnt froh sein, wenn ihr einen größeren Gehörgang habt als ich, dann habt ihr mit Sicherheit auch einen besseren Tragekomfort, weil dieser Silikontipp dementsprechend mehr puffert, sage ich jetzt ganz einfach mal im Ohr. Aber nicht falsch verstehen, das geht vollkommen in Ordnung. Also es ist nicht so, dass ich nach einer Stunde sage, boah, ich muss die Teile jetzt rausnehmen. Es ist eher nach einer Stunde so, dass ich sage, ja jetzt merke ich so ein bisschen, dass ich ein Kopfhörer im Ohr habe, was vorher eher nicht der Fall ist, weil die Teile sind so klein und leicht und halten so gut hier drin, dass man das auch gar nicht so wirklich dolle merkt. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über den integrierten H1-Chip und die Kompatibilität mit Apple-Geräten sprechen. Es ist so, dass ich durch diesen H1-Chip ganz viele, ja einfach Komfortfunktionen im Apple-Kosmos habe. Es ist zum Beispiel so, wenn ich mehrere Apple-Geräte besitze, in meinem Fall jetzt hier mein iPad, mein iMac, mein MacBook und mein Smartphone, dann ist es so, dass wenn ich sie einmal, Beispiel am iPhone, eingerichtet habe und ich dann mit den Beats in die Nähe meines iPads komme, dann kann ich direkt sagen, ich möchte die Beats gerne jetzt auf diesem Gerät nutzen. Und dann switche ich problemfrei von A nach B rüber, wieder zurück auf den iMac, das funktioniert super problemfrei, die verbinden sich in einer unfassbaren Geschwindigkeit von Gerät A zu Gerät B, also dieser Handover, das hin und her wechseln, das ist wirklich ganz großes Kino, das funktioniert super. Dann gibt es ein Merkmal, das nennt sich Musik teilen. Ich kann im Grunde zwei Kopfhörer, also zum Beispiel die AirPods Pro und jetzt die Beats Fit Pro mit meinem iPhone koppeln und kann parallel damit hören. Das ist insofern Mehrwert für mich gewesen, dass ich dann mit meiner Frau bei den Liedern immer mal wieder die Kopfhörer hin und her tauschen konnte, um mir auch von ihr so ein bisschen Feedback zu den Klangeigenschaften einzuholen. Das funktioniert in der Praxis sehr, sehr gut. Dann ist es so, es gibt hier eine Möglichkeit, die Passform zu überprüfen. Ich zeige euch das hier mal ganz kurz in der App und zwar geht ihr hier in die Bluetooth-Einstellungen mit rein, wählt eure Beats Fit Pro aus und dann gibt es hier einen Passtest für Ohreneinsätze. Das heißt, ihr packt die Teile in die Ohren rein, drückt dann auf diesen Passtest drauf, dann hört ihr so ein bisschen einen Ton, der abgespielt wird und danach sagt er euch dann perfekt, die Tipps hier passen. Wenn er aber sagt, die Abdichtung ist nicht optimal, dann probiert er vielleicht mal eine Nummer größer, eine Nummer kleiner aus, bis das dann kommt. Und wie gesagt, genau das ist eben auch in der Android-App mittlerweile möglich. Es gibt ein Feature, das hier implementiert ist und das ist so grandios, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist wirklich eine augenöffnende Situation. Ich zeige es euch hier mal unter iOS und zwar, wenn ihr die Kopfhörer im Ohr habt und spielt irgendein Lied ab oder schaut einen Film oder, 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 dann könnt ihr, indem ihr hier lange auf die Einstellung des Kopfhörers draufklickt, also auf diese Lautstärke-Regulierung, kommt ihr in ein Untermenü rein. Da habt ihr zum einen, da müssen aber beide für im Ohr sein, die Möglichkeit zwischen Active Noise Cancelling hin und her zu schalten, also jetzt der Transparenzmodus, jetzt höre ich mich selbst sprechen, ich kann das komplett ausschalten, beziehungsweise ich kann hier unten in die Geräuschunterdrückung mit reingehen, mit ANC, ja, jetzt werden gänzliche Hintergrundgeräusche ausgeblendet. Das für mich Relevante, das kann ich jetzt leider aber erst dann abspielen, wenn ich irgendein Lied mal starte, dann seht ihr jetzt, wenn ich hier drauf drücke, ich habe hier unten die Möglichkeit auf der rechten Seite zwischen Aus, Fixiert und Kopferfassung zu wählen. Und das ist das sogenannte Spatial Audio. In dem Moment wird ein Standardton, selbst wenn das jetzt ein Stereoton ist für von einem YouTube-Video kommend oder auch speziell angepasster Sound, also es gibt auch wirklich in Apple Music spezielle Musikstücke, die darauf hingehen sogar optimiert sind, und ihr habt es auf Aus, dann ist es ein ganz normaler Stereoton, so wie ihr das kennt. Wenn ihr auf Fixiert geht, dann bekommt ihr sofort einen räumlichen Klang und das ist so ein großer Unterschied, also ihr habt wirklich dann den Eindruck, die Musik kommt nicht nur von rechts und links, sondern die kommt von überall aus dem Raum. Ihr habt wirklich ein räumliches Klangerlebnis, das ihr dadurch kreiert und ich muss euch sagen, ich habe zu 99% Musik mit diesem 3D-Audio gehört und habe ebenfalls Filme mit diesem 3D-Audio geschaut. Ich finde, dass sowohl die Klangqualität, also die Qualität der Mitten und Höhen insbesondere, als auch das gesamte Erlebnis bei Musikhören beim Filmeschauen damit auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben wird. Es gibt, wie gesagt, die Option, das einmal zu tun auf Basis von Kopferfassung, heißt also, ich bewege meinen Kopf von links nach rechts und höre dann wirklich auch, wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, also mein rechtes Ohr nach vorne kommt, auf dem rechten Ohr den Ton dann plötzlich ein bisschen lauter. Also ich habe wirklich diese Haptik damit verbunden, ich bewege mich und höre in Richtung Musik, ja, ganz toll. Oder aber ich kann es auch fixiert stellen, dann kann ich den Kopf bewegen, wie ich will und ich habe gleichbleibend dieses 3D-Erlebnis sozusagen. Grandios, das können auch mittlerweile andere Apple-Kopfhörer, die AirPods Pro können das auch, die normalen AirPods der dritten Generation können das auch. Das ist etwas, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, macht das auf jeden Fall, kann ich euch total empfehlen. In der nächsten Kategorie möchte ich gerne über die Kompatibilität zu Android sprechen und das ist aus meiner Sicht einer der Kernmehrwerte, dass eine Apple-Tochter so offen dem anderen Betriebssystem gegenüber ist, sogar so offen, dass es eine App gibt im Play Store. Die nennt sich Beats, also wirklich ganz einfach die Beats-App und auf der Basis, nachdem ich die Geräte per Bluetooth gekoppelt habe, hier kurz auf diesen Knopf hier vorne drauf drücken, im Bluetooth-Menü öffnen, dann sind die sofort gekoppelt, verbinden sich auch super schnell wieder, habe ich dann die Möglichkeit diverse Dinge einzustellen, zu konfigurieren. Sicherlich nicht der hundertprozentige Umfang von dem, was ich jetzt in der iOS-Welt habe. Wir schauen nochmal ganz kurz durch, hier oben seht ihr die Akkuladung, der Kopfhörer selbst, 100%, das Case hat noch 10%. Ich habe hier genau wie unter iOS die Möglichkeit, zwischen dem transparenten Modus, zwischen ANC und dem Aus-Modus zu wechseln, der geht nur, wenn die Teile im Ohr sind. Und ANC, das ist ganz klar für Active Noise Cancelling, so könnte ich aber hier entsprechend durch wechseln. Ich kann den Namen der AirPods umbenennen, ich kann einstellen, ob eine automatische Ohrenerkennung stattfinden soll oder nicht. Ich habe die Möglichkeit ebenfalls zu konfigurieren, was passieren soll, wenn ich die Tasten im Ohr lange drücke, also ob ich zum Beispiel dann die Lautstärke-Regulierung ändern möchte oder ob ich den Modus von ANC transparent und aus durchwechseln möchte, genau das, was ich auch unter iOS im Grunde kann. Und ihr seht hier, dass auch dieser Passtest für diese Ohreneinsätze, den ich bei Apple ja ebenfalls direkt in iOS integriert habe, jetzt hier über diese App aufrufen kann. Ich kann einstellen, welche Mikrofone beim Telefonieren verwendet werden sollen, ob er das automatisch wählen soll oder ob ich das manuell einmal auswähle. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne die Soundcharakteristik bzw. den Klang miteinander vergleichen. Das ist für einen Kopfhörer natürlich mit eines der Kernmerkmale, weil ich möchte ja einen guten Klang haben, wenn ich diese Teile trage. Ich habe mir dafür sehr viel Zeit gelassen, habe mit diesem Audio-Teilen-Feature wirklich auch immer mal wieder hin und her gewechselt, habe meine Frau dann bei den verschiedenen Liedern mal den einen Kopfhörer hören lassen, danach direkt den anderen und wir sind beide relativ einstimmig zu demselben Ergebnis gekommen. Es ist so, fangen wir vielleicht erst einmal mit dem Bass an. Die AirPods Pro sind, was das Thema Bass angeht, sehr viel neutraler. Das heißt, wenn ihr viel Musik hört, wo eben eine Menge Bass drin vorkommt, Hip-Hop, Techno, also wo wirklich die Basslastigkeit eine übergeordnete Rolle spielt, da merkt man ganz klar, dass die AirPods Pro sehr viel neutraler sind und einen ausgeglicherenden Sound haben, also nicht so stark dieser Bass einfach im Vordergrund steht. Das ist bei den Beats Fit Pro ein bisschen anders. Ich kenne historisch betrachtet andere Beats-Produkte, da war das so, dass dieser Bass massiv dominant im Vordergrund war. Das ist nicht mehr so stark, wie ich das historisch jetzt im Kopf hatte, aber durchaus mehr, als das hier bei den AirPods Pro ist. Und Beats hat selbst in der Pressekonferenz auch irgendwann mal gesagt, das ist der Beats-Signature-Sound. Ich glaube, die wollen das wirklich ganz bewusst so abmischen, dass der Bass einfach eine etwas prominentere Rolle spielt. Vielleicht ist es auch ein Kopfhörer, der eher bei der jungen Generation sehr gut ankommt, weil ich glaube, da ist man einfach für sowas eher empfänglich. Und ab einem gewissen Alter potenziell, da mag es auch ganz viele Unterschiede geben, sagt man, ich sage mal, ein komplett durchgängiger, unmanipulierter Sound gefällt mir da vielleicht doch ein bisschen besser. Also das muss jeder selbst entscheiden. Wo es aber sehr viel größere Unterschiede gibt, meiner Meinung nach, ist bei der Mitte und bei den Höhen in so einem Musikstück. Wenn ich jetzt, ich sage mal, mit 50% Lautstärke höre, dann fällt das noch nicht ganz so stark auf. Wenn ich aber so ein bisschen lauter mache, irgendwann über die 80% Marke drüber gehe, dann habe ich den Eindruck, und meine Frau konnte das bestätigen, dass die Mitten und die Höhen bei den AirPods Pro einfach so ein Ticken klarer, so ein Ticken definierter, so ein bisschen runder und voller sind. Und hier hört sich das dann ab einem gewissen Lautstärke-Level eher so leicht, also blechernd und scheppernd wäre der total überzogene, übertriebene Ausdruck dafür. Aber es geht einfach nicht mehr so in dieses Detailreichtum rein, in diese Brillanz, in diese Klarheit mit rein, wie die AirPods das haben. Also ich würde durchaus sagen, die AirPods sind in Summe so ein bisschen pegelfester, also wenn sie lauter werden, behalten sie ihre Klang-Eigenschaften komplett bei. Hier habe ich beobachtet, wenn sie lauter werden, dann hört man irgendwann schon, dass gerade in den Mitten und bei den Höhen dann da einfach so ein bisschen eine Veränderung stattfindet in den leicht schlechteren Bereich. Aber bitte versteht mich da nicht falsch, die beiden Kopfhörer sind so nah beieinander, das ist wirklich eine Geschmacksfrage am Ende des Tages. Mag man eher den leicht basslastigen Sound oder mag man eher den neutraleren Sound mit den etwas ausgeprägteren Mitten und Höhen? Das ist wirklich ein sehr subjektives Thema. Ich kann euch ganz klar sagen, bei dem, was ich damit mache, ich höre zum Beispiel eher Hausmusik, das ist eher so meine Stilrichtung, wenn ich Musik höre, da spielt der Bass natürlich eine sehr, sehr große Rolle mit. In diesem Genre gefallen mir die Beats zum Beispiel sehr viel besser, wenn ich eher Musik höre, ein bisschen leiser, wo ja einfach die anderen Aspekte mehr zum Tragen kommen, wo ich auch deutlich mehr, ja einfach Liedtext habe, den ich mir anhören möchte oder auch diese Feinheiten raushören möchte, Klassikmusik zum Beispiel und Dinge dieser Art. Da würde ich mir vielleicht denken, da wird man mit denen eventuell so einen Ticken glücklicher als mit den Beats Fit Pro. Aber nochmal, das liegt sehr dicht beieinander und einen klaren Gewinner gibt es für mich nicht. Es sind eben, es spricht aus meiner Sicht einfach zwei unterschiedliche Zielgruppen, sage ich jetzt mal an. Wir machen direkt mal mit den verschiedenen Modi weiter und zwar speziell dem Active Noise Cancelling und dem Transparent Modus. Wir fangen mal beim ANC, also Active Noise Cancelling an. Für die, die das nicht kennen bzw. nicht ganz genau wissen, was da überhaupt passiert, der Kopfhörer hat außenliegende Mikrofone und im Grunde hört er die ganze Beschallung aus der Umgebung, hört er sich an. Das heißt, wenn ich im Flugzeug sitze und dort ist eine Turbine mit einem wirklich monotonen, permanenten Brummen oder ich bin im Zug und da habe ich ja auch monotone, permanente Geräusche, die einfach stattfinden, dann geht er hin und analysiert das wirklich in Echtzeit live und produziert dann im Ohr eine Gegenfrequenz, sodass die Störgeräusche im Grunde ausgeblendet werden. Jetzt ist es aber so, durch diese Verarbeitung, die da stattfindet und das Produzieren der Gegenfrequenzen, habe ich oft auch die Situation, dass wenn ich sage, ich habe die im Ohr mit aktivem Active Noise Cancelling und höre aber keine Musik, auch nicht leise oder gar nichts, ich habe die einfach nur stumm im Ohr, dann habe ich je nach Kopfhörer oft so ein leises Rauschen, sage ich jetzt mal. Das ist ein Effekt, der eigentlich mehr oder weniger bei jedem Active Noise Cancelling Kopfhörer in dem Zustand mit da ist. Ich habe mir jetzt prinzipiell erstmal aufgeschrieben, dass das ANC an sich zwischen diesen beiden Kopfhörern so dicht beieinander liegt, so vergleichbar ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der macht da einen immens viel besseren Job als der. Also das ist wirklich total ähnlich und kein ausschlaggebendes Kriterium aus meiner Sicht. Es ist aber so, dass ich der Meinung bin, dass das minimale Grundrauschen, das ich habe, wenn ich wirklich komplett ohne Musik den Kopfhörer nur mit ANC aktiv im Ohr habe, bei den Beats eventuell einen Ticken lauter ist als bei den AirPods Pro. Das hört sich an wie so ein Lüfter, der von einem Notebook rauscht, aber in einer ganz, ganz weiten Entfernung. Der rauscht zwar auch in diesem Zustand minimal, aber wie ich finde, vielleicht so ein Müh, also wirklich ein Müh leiser als der. Aber nochmal, das liegt so dicht beieinander, dass ich nicht sagen kann, das geht gar nicht und das ist der Goldstandard. Dann beim Transparenzmodus und da sind die Unterschiede schon ein kleines bisschen spürbarer. Transparenzmodus bedeutet, über diese außenliegenden Mikrofone wird der Ton, der um mich rum ist, also wenn irgendwelche Gespräche stattfinden etc., der wird aufgenommen und wird mir dann innen wieder über den Kopfhörer ins Ohr reingeführt. Also im Grunde bin ich nicht abgeschottet von der Welt, sondern ich höre, was um mich herum passiert. Das ist ein Feature, das ich sehr gerne verwende, gerade auch beim Telefonieren, damit ich mich einfach selbst beim Sprechen höre. Bei den AirPods Pro ist es so, dass dieser Transparent-Mode unfassbar natürlich rüberkommt. Das heißt, wenn ich die AirPods im Ohr habe mit Transparenzmodus und ich spreche, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich im Prinzip aufgenommen werde und dann, dass der Ton wieder ins Ohr reingeführt wird, sondern ich höre mich nahezu normal natürlich sprechen. Und das ist auch von der Lautstärke her so, dass ich sage, das entspricht so mehr oder weniger dem, was ich auch selbst so im Ohr höre, wenn ich jetzt mit euch spreche. Also das ist wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau. Die Beats Fit Pro hingegen sind wirklich auch da so ein bisschen ein Müh darunter, wie ich finde. Und zwar ist der Ton, der wieder zurück ins Ohr geführt wird, ein kleines bisschen leiser, habe ich mir aufgeschrieben. Und es ist so, dass das, was wieder ins Ohr zurückgeführt wird, auch so ein Ticken unnatürlicher klingt. Also irgendwie, man merkt, dass der Kopfhörer das anfasst und weiterverarbeitet in irgendeiner Form. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es klar genug rüberbringen kann oder ausdrücken kann. Also das sind jetzt hier auch keine Welten. Aber aus dem Grund, und das ist ja dann das Ergebnis daraus, ist es tatsächlich so, dass ich mit den Airpods Pro beim Telefonieren tatsächlich auch so einen kleinen Ticken ein besseres, komfortableres Ergebnis habe, Gefühl auch im Ohr habe, als mit diesen Kopfhörern hier. Aber das ist nicht so weit auseinander, dass ich sage, die könnt ihr zum Telefonieren überhaupt gar nicht verwenden. Nicht falsch verstehen, aber die können das einfach so ein ganz kleines bisschen besser. Ansonsten beim Telefonieren, bei der Nutzung in Webkonferenzen. Ich habe wirklich bewusst bei Kollegen nachgefragt, als ich zwischen denen und denen mal gewechselt habe. Wirklich, höre ich mich jetzt besser an als vorher. Ich muss ganz klar sagen, das Feedback war wirklich durch die Bank weg positiv. Also die Verständlichkeit der integrierten Mikrofone scheint hier auf einem Niveau zu sein, das wirklich maximal ausreichend ist. Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Mikrofone, die in den Airpods Pro verbaut sind, vielleicht da auch nochmal so ein müh mehr Soundqualität für mein Gegenüber produzieren. Aber das scheint in einem Bereich zu liegen, gerade wenn ich über das Internet telefoniere, in Webkonferenzen, dass das so klar gar nicht mehr ankommt. Wenn ich jetzt hingehe über FaceTime Audio oder über FaceTime, da ist ja die Übertragung des Signals teilweise sehr viel breitbandiger und auch voluminöser. Da müsst ihr mal darauf achten. Das ist also Anruf gegenüber FaceTime Audio oder FaceTime Video zum Beispiel. Da hört ihr wirklich sehr viel mehr als beim normalen Anruf. Da werden offensichtlich Frequenzen beschnitten. Da merkt man dann eventuell so einen ganz kleinen Unterschied bei den Mikrofonen der Airpods Pro, dass die eventuell so müh auch wieder besser sind. Aber auch hier, und wahrscheinlich wiederhole ich mich, liegt das so nah beieinander, dass ich sage, ihr könnt hiermit ausreichend gut telefonieren. Ich habe das wirklich umfangreich getestet und mir sind keine Einschränkungen aufgefallen. In der nächsten und auch letzten Rubrik von meinem abschließenden Fazit sprechen wir über die Akkuleistung. Es ist so, dass die Kopfhörer alleine, also ohne die Nachladefunktion im Case, im Ohr eine Akkulaufzeit von satten 6 Stunden haben. Die Airpods Pro hingegen können mit ANC laut Datenblatt nur Hochkomma, wobei das auch schon sehr lange ist, 4,5 Stunden durchhalten. Wenn ich jetzt die Beats Fit Pro in dieses Case mit reinsetze, dann habe ich hier in Summe eine Laufleistung von 24 Stunden. Das heißt, ich kann also wirklich immens oft nachladen und komme damit auf 24 Stunden. Das ist für alles das, was ich so tue, maximal überdimensioniert. Das funktioniert sehr gut. Leider schade, dass ich es nicht kabellos laden kann, haben wir eben schon darüber gesprochen. Aber grundsätzlich passt das erste Mal vollkommen. Die Airpods Pro können ebenfalls 24 Stunden laut Datenblatt durchhalten, aber sie müssen dann etwas häufiger wieder ins Case reingesteckt werden. Eben zu 6 Stunden autark im Ohr, zu 4,5 Stunden autark im Ohr. Aber auch da muss ich sagen, bei dem, was ich damit mache, wäre das jetzt nichts, wo ich sage, das müssen die sein, das geht hiermit überhaupt gar nicht. Natürlich Situationen, wo ich wirklich 4 Stunden am Stück ein Kopfhörer im Ohr habe, finden nahezu nie statt. Selbst auf einem Langstreckenflug, ja, dann nehme ich sie zwischendurch immer mal kurz raus. Also das ist wirklich nicht so das Thema. Soviel zur Akkulaufzeit. Ich muss ganz klar sagen, ich hatte die Teile niemals 6 Stunden am Stück im Ohr. Ich habe also keine praxisrelevanten Erfahrungen. Aber mal so ein bisschen hochgerechnet, wenn ich sage, ich habe jetzt mal 2 Stunden telefoniert, Musik gehört und ich habe mir dann in der App angeschaut, wie hoch die Akkuleistung noch ist. Dann würde ich sagen, die 6 Stunden, die hier attestiert werden, da liegen wir nicht so weit weg von. Das scheint mir in der Praxis durchaus erzielbar zu sein. Und damit kommen wir auch zu meinem abschließenden Fazit. Ich vermute mal, ihr habt euch aus den einzelnen Rubriken schon die für euch relevanten Infos rausgezogen und habt sicherlich auch schon eine Tendenz, geht es eher Richtung Beatsfit Pro oder Airpods Pro. Ich kann für mich ganz klar sagen, aufgrund dieser Passformthematik sind die Beatsfit Pro im Moment alternativlos. Die Teile halten super in meinem Ohr. Ich kann ohne Kompromiss Sport damit treiben. Ich kann wirklich mehrere Stunden am Stück damit arbeiten, telefonieren, Filme schauen, Musik hören. Das ist mit denen nicht möglich, weil sie mir aus dem Ohr rausfallen. Wenn man das jetzt mal ausblendet und man sagt, okay, ihr habt kompatible Ohren zu den Airpods Pro und damit keine Probleme, dann müsst ihr euch wahrscheinlich die Frage stellen, möchtet ihr einen eher etwas basslastigeren Sound haben mit dafür kleineren Einschränkungen in den Mitten und in den Höhen oder bevorzugt ihr einen etwas neutraleren Sound, aber dafür eben mit einer etwas geringeren Basslastigkeit? Das entscheidet vermutlich auch so ein bisschen die Musikrichtung, die ihr präferiert hört. Ansonsten kann ich ganz klar sagen, wenn ihr sagt, ich suche wirklich einen Sportkopfhörer, unabhängig davon, ob die jetzt gut passen oder nicht, dann würde ich grundsätzlich sagen, sind die Beatsfit Pro in vielen Bereichen die bessere Option. Sie halten einfach nochmal deutlich sicherer. Auch die Möglichkeit mit den Hardware-Tasten die Musik weiterzudrücken, empfinde ich gerade, wenn ich geschwitzt bin mit nassen Fingern, sehr viel angenehmer als das jetzt hier mit diesen Touch-Möglichkeiten an den Airpods Pro zum Beispiel ist. Von daher, ja, muss ich klar sagen, ich bin alternativlos, von daher bin ich uneingeschränkt glücklich mit meinem Beatsfit Pro. Wenn ihr die Alternative aber habt, dann entscheidet wahrscheinlich eure eigene Präferenz, wie gerade eben besprochen, so ein bisschen mit welchem der beiden Konzepte ihr glücklicher werdet. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Ich hoffe, ich konnte euch dabei auch so ein kleines bisschen helfen. Wenn das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und auch ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bleibt gesund und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!